Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Hallo liebe Zuschauer, wir sind zurück mit den großartigen Angeboten von Marktkauf, gültig vom 24. bis 29. Juni. Diese Woche erwarten Sie fantastische Rabatte auf frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Kleidung und Accessoires, Küchengeräte und vieles mehr. Lassen Sie uns gemeinsam die Highlights dieser Woche entdecken. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Diese Woche erwartet Sie bei Marktkauf eine Fülle an frischem Obst und Gemüse. Die saftigsten Sommerfrüchte, duftende Erdbeeren, erfrischende Wassermelonen und vieles mehr sind im Angebot. Außerdem gibt es vitaminreiche Gemüsesorten, die Ihre Mahlzeiten bereichern. Auch Topfpflanzen sind diese Woche reduziert. Eine perfekte Gelegenheit, Ihr Zuhause und Ihren Garten zu verschönern. Verpassen Sie nicht diese gesunden und frischen Angebote. Große Rabatte auf Fleisch und Fischprodukte bei Marktkauf. Diese Woche gibt es frische und hochwertige Fleischprodukte zu günstigen Preisen. Von rotem Fleisch über Geflügel bis hin zu Wurstwaren und Delikatessen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Speziell für Ihr Grillvergnügen gibt es ausgewählte Fleischprodukte zu tollen Preisen. Auch die Fischabteilung bietet frischen Lachs, Seebarsch, Dorade und vieles mehr zu günstigen Preisen. Verpassen Sie nicht diese köstlichen Angebote und genießen Sie qualitativ hochwertige Fleisch- und Fischprodukte mit Ihrer Familie. Marktkauf bietet Ihnen diese Woche ein unvergleichliches Einkaufserlebnis mit großartigen Rabatten. Von Snacks und Milchprodukten über Soßen und Tiefkühlprodukte bis hin zu Reinigungs- und Kosmetikartikeln. Es gibt zahlreiche Angebote in verschiedenen Kategorien. Genießen Sie Ihre Lieblingssnacks wie Schokolade, Chips und Nüsse zu reduzierten Preisen. Decken Sie sich mit erfrischenden Getränken ein und profitieren Sie von den Rabatten auf Milchprodukte wie Joghurt, Käse und Milch. Mit den reduzierten Reinigungs- und Kosmetikartikeln wird die Pflege von Haus und Körper zum Vergnügen. Diese Woche bietet Marktkauf alles, was Sie brauchen, um Ihren Einkauf günstiger und angenehmer zu gestalten. Verpassen Sie nicht diese fantastischen Angebote und genießen Sie ein unvergleichliches Einkaufserlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Wir versuchen unseren Kanal zu verbessern und zu verbessern und zu verbessern und zu verbessern. Wir brauchen unsere Kanal und unsere Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Bringen Sie den Geschmack Italiens auf Ihren Tisch. Diese Woche gibt es beim Marktkauf große Rabatte auf italienische Spezialitäten. Von leckeren Käsesorten über Wurstwaren bis hin zu italienischen Getränken. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt. Nutzen Sie die Gelegenheit und genießen Sie die besten italienischen Produkte zu unschlagbaren Preisen. Entdecken Sie die köstlichen Aromen Spaniens beim Marktkauf. Diese Woche sind spanische Fleisch- und Milchprodukte sowie Getränke im Angebot. Gönnen Sie sich einen Hauch von Spanien zu Hause mit diesen fantastischen Rabatten. Tolle Nachrichten für alle Küchenliebhaber. Beim Marktkauf gibt es diese Woche fantastische Rabatte auf Küchengeräte. Von Kaffeemaschinen über Toaster bis hin zu Pfannen, alles, was Sie für Ihre Küche brauchen, ist im Angebot. Diese hochwertigen Küchengeräte machen das Kochen und Backen noch angenehmer. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Küche mit den besten Geräten auszustatten. Diese Woche bietet Marktkauf fantastische Rabatte auf Kleidung und Accessoires. Im Bekleidungsbereich finden Sie stilvolle und bequeme Kleidung sowie Schuhe für jeden Anlass. Außerdem gibt es große Rabatte auf Accessoires wie Taschen, Gürtel und Geldbörsen. Egal ob für den Alltag oder besondere Anlässe. Hier finden Sie das passende Outfit. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Kleiderschrank aufzufrischen und Ihren Stil zu verbessern. Verpassen Sie nicht diese großartigen Angebote. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020